Guten Abend, ich freue mich, Dienstagabend, Sonne scheint und wir starten heute durch mit einem Fatburner-Kurs und zwar bekommt ihr die volle Dröhnung an lateinamerikanischer Musik. Ich hoffe, das hängt euch nachher nicht zu den Ohren raus, aber ich dachte, bei dem schönen Wetter müssten wir doch eigentlich mal auch so eine Musik hören. Ja, wir machen einfache Grundschritte zum Warmwerden und dann gehen wir zwischendurch immer mal so in einige Kräftigungsübungen rein und gucken, dass wir am Ende so ein bisschen was getan haben, der Schweiß läuft und die Muskeln brennen. Okay, marschiert mal rechts, rechts marschieren, ganz locker, rechts, rechts, und atmet mal tief ein. Ein und aus. Ein und aus. Zweimal noch. Letztes Mal. Und dann geht man in den Steptouch. Rechts und links. Heute ist niemand da, also hinter der Kamera. Ich hoffe, ich springe nicht aus dem Bild raus. Vielleicht kommt die Heike gleich noch hier reingeschneit. Jawohl. Ihr dürft natürlich heute alles ein bisschen lockerer machen. Keine Spannung. Spannung haben wir im Moment genug, ne? Und die letzten. Vier. Noch drei. Zwei. Geht man in den Leg Curl. Schon tolles Wetter draußen, oder? Morgen soll es ja auch nochmal schön werden. Da bekommt man gute Laune. Geht man in den Kneel lift. Nehmt die Arme mit, aber lasst jemand den Rücken ruhig. Kennt ihr alles, ne? Super. Und nochmal Steptouch. Sehr gut. Vier. Drei. Lecker. Nochmal. Nochmal. Vier. Drei. Lille. Gut. Bleibt hier. Noch vier Stück. Drei. Zwei. Und gebt meinen Sechsten mit der Perse vor. Geht nicht lauter. Schade. Okay. Vier. Drei. Arme. Woppa. Und die letzten vier. Dann halten wir mal vorne gleich die Ferse. Dehnen mal ganz kurz. Bleibt mal hier mit links. Kontrollieren nochmal den Puls. Und tippen mal den Fuß auf. Dö, 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 dö. Vier. Drei. Halten. Badendehnung. Rechte Seite. Noch vier. Drei. Arme hoch tief. Hoch und tief. Ferse geht mit. Streckt euch mal richtig. Ja, noch mehr. Bis dann die Wohnzimmerdecke. Oder die Kellerdecke. Wo immer ihr auch seid. Halt. Halte mal um. Fußspitze zurück. Knie tief. Jawohl. Vier. Vier. Drei. Zwei. Ferse. Vier. Drei. Zwei. Rechte Seite halten. Jetzt muss ich mir doch gleich den Knochen reinmachen. Tappt mal auf. Tappt, tappt, tappt. Tappt, tappt, tappt. Tappt, tappt, tappt. Weiter, weiter. Für mich hier fertig. Ich bin mit meinem Gedöns. Letzten. Vier. Drei. Zwei. Halten. Badendehnung links. Oh, müssen wir stillbleiben, ne? Bei der Badendehnung. Jetzt geht's hoch. Up and down. Up and down. Noch. Acht. Dö, 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 dö. Ach, die Musik passt heute super. Oben halten. Fußspitze etwas zurück. Geht tief. Holt mal runter. Öffnet und schließt. Beine geöffnet. Seid da warm. Acht. Sieben. Letzten sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und marschiert auf rechts. Nichts. So. Marschieren. Auch die Arme gehen mit. Ihr wisst Bescheid. Vier. Drei. Letzten zwei. Step touch. Tü, 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 tü. Tü, 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 tü. Zwei. Achtung. Grape Pine. Wop. Ich habe hier natürlich ordentlich Platz. Ihr wahrscheinlich zu Hause nicht, oder? Macht die Schritte einfach kleiner. Okay, wir machen insgesamt drei Stück. Step touch. Jawohl. Vier. Drei. Geht ruhig noch ein bisschen tiefer. Bauch angespannt. Grape Pine. Drei. Zwei. Step touch. Jawohl. Schaut mal, lecker. Den hängen wir hinten dran. Vier. Drei. Grape Pine. Step touch. Lecker. Vier. Drei. Ganz einfach, oder? Schwer? Grape Pine. Und nochmal. Step touch. Und lecker. Vier. Drei. Zwei. Grape Pine. Geht weiter gleich. Step touch. Lecker. Genau, erst jetzt. Und jetzt marschieren. Vier. Drei. Grape Pine. Drei Stück. Zwei. Step touch. Lecker. Vier. Vier. Drei. Und marschieren. Super. Machen wir nochmal. Grape Pine. Wuhu. Wuhu. Step touch. Lecker. Wier. Drei. Maschieren. Super. Letzte Runde. Grape Pine. Step-Touch. Lecköl. Marschieren. Okay, nächster Schritt. V-Step. Genau, macht ihr ruhig ganz oft. Und geht nochmal ein bisschen tiefer. Genau. Nicht der Oberkörper kommt runter, sondern der Poppes. Ja, genau. Weiter runter. Zwei Stück brauchen wir. Und marschieren. Zwei Stück. Den hängen wir einfach hinten dran. Marschieren. Komm nach den Lecköl. Okay. Grapevine. Drei. Zwei. Step-Touch. Lecköl. Und V-Step. Zwei Stück. Genau. Grapevine. Step-Touch. Lecköl. V-Step. Zwei Stück. Jawohl. Nochmal Grapevine. Ich mach mit euch. Step-Touch. Step-Touch. Lecköl. V-Step. Zweimal. Grapevine. Woppa. Wie gesagt, mach kleine Schritte, wenn es nicht reicht vom Platz. Step-Touch. Lecköl. Zwei V-Step. Letzte Runde von vorne. Grapevine. Wuhu. Step-Touch. Lecköl. V-Step. Zwei Stück. Grapevine. Schaut mal, kleine Änderung. Kein Step-Touch mehr, sondern Triple-Step. Lecköl. V-Step. Zwei Stück. Okay. Nochmal Grapevine. Mach ich noch einmal mit dem Rückenzeug. Triple-Step. Hopp. Lecköl. Zieht die Arme von vorne. V-Step. Grapevine. Gibt's warm. Triple-Step. Eins, zwei. Lecköl. V-Step. Okay. Wir bleiben hier im Squat. Tief und hoch. Tief. Arm hoch. Ja. Verhaltet aber den Teil, ja, mit dem Grapevine. Kleine Bewegungen. Drei. Zwei. Und hoch. Ba-bam. Drei. Zwei. Und hoch. Ba-bam. Letztes Mal. Step-Touch. Gut. Alles in Ordnung? Machen wir noch einmal den ersten Teil. Und dann kommt der zweite Teil. Vier. Drei. Komm, nehmt die Arme mit. Noch ein bisschen mehr. Grapevine. Grapevine. Triple-Step. Hopp. Lecköl. V-Step. Zwei Stück. Lecköl. Ach, Entschuldigung. Grapevine. Triple-Step. Hopp. Lecköl. Jetzt kommt er. Be-Step. Achtung. Wir gehen wieder in den Squat. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Drei schnelle. Drei. Zwei. Hopp. Popo anspannen, wenn ihr oben seid. Knackarsch. Letztes Mal. Mambu-Chacha. Rechts-Links. Mach den Kleinen nicht so weit zur Seite. Mehr vorne. Ja. Und nochmal. Acht. Arme. Sieben. Sechs. Fünf. Sollte ihr mich selber auch dran halten, ne? Vorne. Zwei. Marschieren. Schau mal. Die Luft. Wenn ihr wollt, steigt ein, ja? Der bleibt aber nicht so. Sondern wir machen Leg-Lift. Noch acht. Sieben. Strengt euch an. Ich sehe euch. Vier. Drei. Zwei. Mambu-Chacha. Vier Stück. Eins. Leg-Lift. Ab-Leg-Lift. Mambu-Chacha. Wop. Drei. Zwei. Leg-Lift. Schau mal, den machen wir jetzt richtig vorne. Ganz klein. Ja. Der bleibt auch so. Mambu-Chacha. Auf geht's. Mambu-Chacha. Leg-Lift vorne. Ja. Noch zwei. Marschieren. Rechts. Okay. Daumen hoch oder runter. Hoch, oder? Schaut mal. Cha-Cha. Cha-Cha. March. Cha-Cha. Cha-Cha. Sonder Cha-Cha-Block. Vamu-Chacha. Ich weiß nicht, ob ihr mich noch seht. Vamu-Chacha. Drehen machen wir heute nicht. Vamu-Chacha. Aber dafür kommt ruhig richtig ran, ja? Okay, die Arme. Hier lassen wir die weg. Kreisen zweimal. Zweimal. Komm, Attacke. Letztes Mal. Achtung, von vorne. Mambu-Chacha. Zweimal noch. Leg-Lift. Vorne. Ich will euer Brustbein sehen. Und Cha-Cha. Olé. Huh. Cha-Cha. Nochmal. Cha-Cha. Letztes Mal. Von vorne. Mambu-Chacha. Nimm die Arme bei dem Mambu-Chacha mit, wie ihr wollt, ja? Leg-Lift. Brustbein. Ha. Schön. Und Attacke. Zu mir. Wow. Und zurück. Nochmal. Kreis die Arme vorm Körper, ja? Haut nichts um zu Hause. Marschieren. Gut. Okay. Schaut mal. Nih-Lift. Das ist jetzt mehr so eine Kraftübung. Schaut mal. Nih. Nih. Auch die setzt man ins Ende. Hier sind aber die Beine geschlossen, ja? Also weiter als gerade. Und weil das einfach ist, machen wir einen Lift. Cha-Cha und Lift. Das ist kein Kick. Sondern wir heben das Bein mit geradem Rücken. Letzten acht. Sieben. Geht's noch? Machen wir noch einmal. Gleich ab dem Mambu-Chacha. Und dann gibt's eine Trinkpause. Drei. Zwei. Mambu-Chacha. Ha. Huhu. Leg-Lift. Vorne. Arme. Ah. Cha-Cha zu mir. Geist zweimal die Arme. Nochmal. Genau. Ist egal, wenn ihr meine Arme nicht seht. Lift. Huhu. 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 Noch vier Stück. Drei. Ich kann nicht mehr. Okay, macht eine Pause. Sehr gut. Trinkenschluck. Wo ist denn? Hei, hei, hei. Keine Angst, der Rest vom Körper kommt gleich auch noch dran. Atmet einmal durch. Oh, mein Puls ist aber ganz schön hoch. Ich schließe mal die Uhr richtig an. Also der Schweiß läuft. Wisst ihr noch den ersten Teil? Gebt mal den Step Touch. Ich zeige euch den mal. Bleibt mal hier. Dreimal Grapevine. Pippet Step. Lecker. Zweimal B-Step. Ja. Das gleiche auf der anderen Seite. Und dann kommt der. Okay. Okay. Step Touch. Vier. Drei. Bauch anspannen. Kinn hoch. Grapevine. Drei. Zwei. Tippet Step. Hopp. Lecker. Und zweimal den B-Step. Genau. Grapevine. Geht, oder? Tippet Step. Ruhig springen, ne? Lecker. Zweimal den B-Step. Dann gehen wir von hier aus in den Squat. Drei schnelle. Drei. Zwei. Und ab. Achtung. Mamu Cha Cha. Leg lift. Zwei noch. Cha Cha zu mir nach vorne. Zweimal. Den mache ich ganz oft, ne? Letztes Mal, wenn ihr gedreht habt. Enger Squat. Lift. Super. Nehmt die Hände, wo ihr mögt. Spannung so ein bisschen im Rücken. Letzten zwei. Grapevine. Drei. Zwei. Tippet Step. Hoch, hoch, hoch. Lecker. Arme. Zieht nochmal dran. Feet Step. Zwei Stück. Grapevine. Tübel Step. Lecker. V-Step. Squat. Vier. Drei. Geht tief. Zwei. Drei mit Tempo. Drei. Zwei. Und den Pops anspannen. Anspannen. Mammu Cha Cha. Gut. Leg lift vorne. Ab. 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 Und kommt mal her zu mir. Rrrr. Dillillu. Nochmal. Ich will das sehen. Ja, genau. Squat. Lift. Lift. So. Und wenn ihr glaubt, das war es schon. Jetzt fangen wir es an. Gemein, ne? Okay. Bleibt hier. Wir wippen. Mehr nicht. Hopp. Hopp. Ist doch gar nicht schwer, ne? Wir brauchen nochmal den Triple Step. Vier. Drei. Zwei. Marschieren. Genau. Ich mache mit euch. Vier. Drei. Zwei. Marschieren. Riechen wir hin. Nochmal. Vier. Drei. Zwei. Marschieren. Letztes Mal. Vier. Drei. Drei. Zwei. Marschieren. Okay. Machen wir nochmal. Vier. Drei. Zwei. Marschieren. Letztes Mal. Schaut mal. Vorne. 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 Marschieren. Zurück. Okay. Vorne. Vor. Vor. Marsch. Zurück. Nochmal. Triple Step. Arme zeigen euch den Arm. Schaut mal. Muckis. Unten. Muckis. Unten. Letztes Mal. Pah. Pah. Marsch. Lunch. Lunch. Mach den ruhig etwas kleiner. Und mehr Spannung jetzt im Oberkörper. Stellt euch vor, ihr habt einen Speer. Und den wollt ihr gleich schmeißen. So ist schlecht. Ja, hier. Wollen wir noch von vorne. Okay. Triple Step nach vorne. Vier. Drei. Zwei. March zurück. Lunch. Triple Step. Vier. Drei. Zwei. March zurück. Lunch. Triple Step. Vier. Drei. March zurück. Lunch. Triple Step. Vier. Drei. Zwei. Lunch. March. Lunch. Muss nochmal üben. Triple Step. Vier. Drei. Marschiert zurück. Lunch. Hier bleibt. Okay. Wisst ihr noch, dass wir am Anfang gewippt haben? Wir machen alle drei Teile jetzt. Und nach dem zweiten Teil, bevor es in den Triple Step nach vorne geht, da wippen wir. Da kommt noch was. Oi, 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 oi. Okay, Achtung. Step Touch. Gut. Good. Grapevine. Die beiden Triple Steps. Leckere V-Step. Damit fangen wir an. Vier. Drei. Grapevine. Drei. Zwei. Zwei Triple Step. Lecker. Zwei V-Step. Zwei V-Step. Grapevine. Grapevine. Triple Step. Lecker. Zwei V-Step. Gut. Geht bei einem Step Touch. Erster Teil. Okay, die Squads haben wir jetzt vergessen. Die machen wir nicht. Ihr wisst, welch ich meine, ne? Vier. Drei. Mambo Cha-Cha. Machen wir gleich wieder in der nächsten Runde. Habt ihr Glück. Leg Lift. Wow. Und Cha-Cha nach vorne. Kreist vorne zweimal die Arme. Cha-Cha rück. Kreist zweimal die Arme. Cha-Cha vor. Zweimal die Arme. Cha-Cha rück. Zweimal die Arme. Und wir gehen in den Squat mit dem Lift. Der war richtig. Genau. Achtung. Wir wippen gleich, ja? Jetzt. Tsch. Schaut mal die Arme. Schaut mal die Arme. Wipp locker. Aber die Arme arbeiten ordentlich. Letzten acht. Die Arme machen wir gleich nicht mehr so lang. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Tüppel-Step vor. Vier. Drei. Marschiert zurück. Lunge. Tüppel-Step. Vier. Drei. Marschiert zurück. Lunge. Step-Touch. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Okay. Alles von vorne mit Squat. Alles, was wir haben. Das ist noch alles. Grape-Bine. Drei. Tüppel-Step. Hopp. Leck. Zwei-V-Step. Wow. Grape-Bine. Drei Mal. Zwei. Tüppel-Step. Nur zwei Stück. Leck. V-Step. Okay. Wir gehen in die Squats. Vier. Drei. Zwei. Drei schnelle. Drei. Zwei. Poco anspannen. Pah. Drei. Zwei. Mambo cha-cha. Salsa. Seid ihr noch da? Legle vorne. Woppa. Zwei noch. Und den Cha-Cha zu mir mit den kreisenden Armen. Kommt. Wir machen noch ein bisschen. Nochmal. Letztes Mal. Wir gehen wieder in den Squat, in den Engeln und machen den Lift. Mit rechts. Bauch anspannen oder ablegen. Drei. Zwei. Und wir wippen. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Füllen mit Step. Vier. Drei. March zurück. Lunch. Und wippen. Noch vier. Vier. Drei. Triple Step. Huh. March zurück. Lunch. Grape Vine. Ha. Gut. Triple Step. Bam. Lecker. Kommt. Gib nochmal Gas. V-Step. Gut, gut. Grape Vine. Triple Step. Lecker. V-Step. Und wir öffnen wieder. Gehen in den Squat. Vier. Drei. Zwei. Und ich brauche drei schnelle. Drei. Zwei. Popo anspannen. Drei. Zwei. Mamu cha cha. Salsa. Leg Luft. Gut. Und ihr kommt zu mir. Greift mich an. Greift die Arme. Und nochmal. Roar. Und zurück. Wir gehen in den engen Squat und machen den Lift mit rechts. Sieben. Ach, der Schweiß läuft in die Augen. Vier. Drei. Zwei. Wir wippen. Vier. Drei. Triple Step zu mir. Lauf zurück. Und mach zwei Lunge. Rechts und links. Puh. Genau. Vier. Drei. Triple Step. Bam, bam. March zurück. Lunge. Bleib dem Lunge. Bleib dem Lunge. Lunge. Was macht der Puls? Oh, der ist sogar ziemlich hoch. Okay, ich will, dass ihr jetzt nochmal Spannung in den Oberkörper bringt. Bisschen den Bauch anspannen. Verlagert das Gewicht nach vorne. Und streck mal den Arm. Werdet etwas ruhiger im Oberkörper. Ja. Ja. Gut. Acht. Geht mal ein bisschen tiefer. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Bleib mal stehen. Gut. Eins, zwei, drei. Drei. Okay. Eins, zwei, drei. Mehr machen wir nicht. Nochmal. Eins, zwei, drei. Strecken, strecken, seit. Nochmal. Okay. Schau mal. Ui, ei, 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 ei. Oh, jetzt. Eins, zwei. Bam, bam, uh. Eins, zwei. Bam, bam, uh. Salzer. Bam, bam, uh. In den Knien, ja? Nochmal. Eins, zwei. Hu, hu, hu. Nochmal. Zwei Mal noch. Letztes Mal. Okay, bleibt hier. Links und rechts. Überkreuzen. Holt Luft, ja? Wenn ihr Flasche habt. Irgendwo in der Nähe. Trink einen Schluck. So, was sagt der Puls? Jetzt, der ist immer noch sehr hoch. Wir haben nochmal. So, so drei Minuten. Machen wir einmal alles von vorne. Und hängen den letzten hinten dran. Ich hoffe, ich behalte alles. Hab kein Vettel hier. Muss mir alles merken. Okay, marschiert mal rechts. Erster Teil, Grapevine. Zweiter Teil, Mambo. Dritter Teil. Dritter Teil. Wir wippen. Damit sind wir angefangen. Ihr seht schon, geht schon los hier. Vier. Nein, Trainer konzentriert sich. Zwei. Okay. Teil eins. Grapevine. Drei. Zwei. Eins. Triple Step. Lecker. Ja, weil, 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 weil. V-Step. Genau. Grapevine. Ja. Triple Step. Lecker. Beeple. B-Step. Achtung, wir gehen in die großen Squats. Machen wir hier. Drei. Zwei. Und drei schnelle. Drei. Zwei. Vorn hoch. Drei. Zwei. Mambo Cha Cha. Vier. Drei. Zwei. Leg Lift. Vorne. Brustbein. Euer Brustbein strahlt mich an. Cha Cha vor. Nochmal. Kommt zu mir. Letztes Mal zurück. Und beginnen den engen Squat mit dem Lift. Sieben. Sechs. Könnt die Hände auch hier nehmen, wenn ihr wollt. Vier. Kein Kick. Ein Front Lift. Wir wippeln. Mach noch vier Stück. Vier. Drei. Tempo wird schneller, ne? Crippel Step. Vier. Drei. Lauf zurück. Lunge rechts, links. Crippel Step. Vier. Drei. Lauf zurück. Lunge. Out and in. Out and in. Arme. In and out. Tch. Tch. Puh. Step Touch. Gut. Okidoki. Wunderbar. Wer möchte nochmal? Bleib beim Step Touch. Ich schau mal. Ja, das sieht doch gut aus. Gut. Ich würde sagen, letzte Runde. Ok. Und dann gehen wir ins Cooldown. Aber ich brauche euch erst. Arme hoch. Sch buh. Komm, das wird die schönste Runde. Super Haltung. Letzte. Acht. Sieben. Zählt mit runter. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Are you ready? Grapevine. Triple Step Leg Curl V-Step Great Boy Triple Step, komm hoch Leg Curl Zieh nochmal richtig dran V-Step Und der breite Squat, wir gehen tief Vier Drei Zwei Drei schnelle Drei Zwei Mambo Cha Cha Vier Drei Zwei Leg Lift Hebe nochmal das Beinchen richtig an Achtung Cha Cha zu mir Wupp Wupp Und zurück Und nochmal Und zurück Wir gehen in den engen Squat Lift Lift Dann bleiben wir gleich stehen Und dann geben wir dir die Arme schnell Auf geht's Acht Sieben Sieben Sechs Fünf Vier Drei Zwei Viermal Triple Step Nach vorne Lauf zurück Lauf zurück Triple Step Vier Drei Lauf zurück Triple Step In and out In and out Arme In and out Bam Bam In and out Letztes Mal Plie Touch Wuhu Sehr gut Da kommt meine liebe Arbeitskollegin Die Heike Passt auch wieder Wenn es vorbei ist Kommt sie Okay Schwing die Arme so ein bisschen Das hat mir heute richtig Spaß gemacht Klagst du an der Musik Ist ja nicht so jedermanns Sache Aber das Schöne ist Ich weiß es ja nicht Das Feedback kommt vielleicht später Okay Lass die Arme kleiner werden Ferse So Bleib mal kurz hier Bleib weiter in der Ferse Ich bin immer noch da Aber wir brauchen ja jetzt was Langsameres Ja ich bin noch da Ich mach mal die erste Und dann ganz unten irgendwo Vielleicht ist ja was Schönes dabei Das ist nämlich die Musik von gerade Dann müssen wir wieder alles von vorne machen Jawohl Okay Gut Geht mal In Grundstellung Kreißt die Schultern so ein bisschen Das Schöne ist ja Die Videos werden ja immer aufgezeichnet Das heißt Ihr könnt die auch später machen Wenn die Sonne weg ist Man neigt ja doch dazu Gerade bei dem schönen Wetter jetzt Wenn es wieder anfängt Erstmal rauszugehen Geht uns auch so Holt tief Luft Wenn man merkt Der Puls ist noch hoch Bleibt schön aufrecht gerade Und wechselt die Seite Ich finde es immer ganz schön So ein paar Grundschritte zu machen Aerobik Schritte Die miteinander zu kombinieren Aber vielleicht nicht zu schwer Wenn es zu schwierig wird Kenne ich selber Dann macht es auch keinen Spaß Dann rennt man so hinterher Stößt man sich noch am Tischbein Okay Nimm mal runter Löffnet mal die Arme Passt durch die Ellenbogen unten Haltet mal Ich muss mal eben hier Meine Handtuch holen Ich laufe weg Seitdem die Haare fehlen Läuft einem alles schön in die Augen Stößt die Füße Ihr wisst was kommt Rechter Fuß Ich drehe mich mal in Zeit nach hinten Fußspitze gerade Nach vorn Morgen gibt es keine Facebook Kurse Aber am Donnerstag Donnerstagmorgen Doro Buddy Forming Donnerstagabend Uta Karfreitag haben wir dann ein Yoga Special Mit Moni und Frank auf Zoom Falls ihr damit machen möchtet Schickt uns eine kurze E-Mail Haltet mal das linke Fußgelenk Und danach gibt es noch eine schöne Tabata-Einheit Dann dürfen wir an den Ostertagen ruhig so ein bisschen sündigen Das Schöne ist Sie können die Tabata-Einheit von Karfreitag ja auch Samstag, Sonntag und Montag machen Ach nee, Montag nicht Da gibt es nämlich auch noch wieder ein Special mit Heike und mir Heike, da ziehen wir uns weite Klamotten an Damit man unseren Schokobauch nicht so sieht Nehmen wir die andere Seite Ach man, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es schon fast wieder lustig Würden so gerne mit euch hier mal wieder zusammen sporten Aber das kommt auch wieder Okay, lockert mal die Beine Streckt euch nochmal Ich hoffe, euch hat es gefallen Seid stolz auf euch Dass ihr mitgemacht habt Haben wir wieder ordentlich Kalorien verbrannt Ja, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit Wir sehen uns am Karfreitag Hoffentlich Schaltet ein Und bis dahin Bleibt gesund Und ja, bis bald Ciao